Musik Jawoll, ich hab's geschafft! 101 Abonnenten, ja, ich hab mir die Royal Irish Regiment hier eingeladen und die süßen Buben stehen da im Hintergrund und, ja, genau, mhm, jawoll, und das ist die Schatzkiste dazu, na, genau, jetzt noch, und, jetzt ist's aus! Bravo meine Buben! So, nein, hallo, sag' einmal! So, also meine guten Jungs sind jetzt einmal, da hab' ich sie versorgt mit Kaffee, Tee und was weiß ich, irgendwas, und da ist jetzt da diese Schatzkiste, die ihr schon von der Vorschau kennt's, jawoll, und da, wenn's ihr hinein gucket's, da seid ihr jetzt drinnen, meine Süßen! Ja, die Kommentare! Schub, 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 genau! So, jetzt wird's mir nochmal geschlossen! War heil! Ihr wisst ja noch gar nicht, was ihr bekommt, nisch! Und zwar hab' ich mir gedacht, ich möchte nicht nur einen glücklich machen, sondern drei! So bin ich! Also, es soll bei mir einen dritten, einen zweiten und einen ersten Platz geben! Und der dritte Platz wäre dann, das zeige ich euch jetzt vorher, soo, bisschen Glitzer, jawoll, also das sind so Herzchensticker, in rosa natürlich, muss sein, und da haben wir ein augen-, ein tränenreiches oder ein augen-tränen-treibendes Glitzer-Schmucknetz, von Ideen mit Herz, kann mal das Ganze aufpicken, oder ihr könnt es auseinanderschneiden, ich werd es scannen, und wie gesagt, also das wäre jetzt einmal für den drittplatzierten. Für den zweitplatzierten, habe ich mir gedacht, gibt's bisschen was Pastelliges, schaut mal, juhu! Einen wunderschönen Block vom Action, mit diesen Pastellfarben und diesen schönen foilierten Blättern, ich geh's einmal bissl so schnell durch, die die, was es vielleicht noch nicht kennen, so so, schwarz-weiß Pastell soll, schaut amal, iiii, oiii, 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 ioiii, oiii, 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 oiii! soo, also dieses gutes Stück, und dann möchte ich noch dazu geben, diesen, diese acht greeting cards mit all I can say is thanks. Das ist gleich einmal so für das Ganze. Dankeschön für die Abonnements, für eure lieben, lieben, lieben Kommentare. Ja, ich freu mich, ich freu mich echt wirklich. Es sind zwar 101 Abonnenten, aber man freut sich ja drüber. Und der erste würde von mir bekommen. Achtung, lalalalala. So, was kommt denn nun? Ja, hallo. Kleine Mausl, die kleine Zuckermaus hier. Ja, mit ihren Mascherle und mit ihrem Schlüssel und mit ihren schönen Schüchen. So, mit den Kleiderl und Rüscherl, sogar mit Unterhosel. Ganz ein schönes Unterhosel. Ja, und die freut sich schon auf ihre neue Mami. Ja, ich habe das erzählt und da hat sie auch die Haare, hat sie sich gleich noch einmal schön gemacht. So. Und ja, also die würde dann auch dazu kommen. Also das ist der erste Platz. Und zum ersten Platz habe ich mir noch gedacht, das ist auch so ein schönes. Und zwar, das ist so eine Badewanne mit so einem kleinen Handtuch. Ja. Und da sind so Rosen drinnen. So Duftrosen. Und da vorne ist noch so ein kleiner Anhänger. Und ja, wenn sie das dann aufgebraucht habt, dann könnt ihr die kleine Puppi in die Badewanne setzen. Also das wäre so mit der erste Platz. Ja. Gut. Na ja, dann kommen wir jetzt eigentlich zum Spannenden. Ja, man muss es ein bisschen spannend machen. Und zwar, gut, dann kommt jetzt einmal derjenige, der was da dieses bekommt. Und dazu, mein Gott, ich wollte das ja immer so gerne machen. Und jetzt mache ich es und ich freue mich. Und ich möchte, dass ihr euch mitfreut. So. Gut. Also, dritter Platz. Und jetzt werden wir wühlen und krümeln. So, damit ihr das alles seht. Ich schau nicht hin. So. Ich wühle und mühle und zühle. Und stübelze mir jetzt einen heraus. So. Ich sehe es noch nicht. Dann machen wir wieder zu. So. Und dann werden wir schauen, wer das ist hier. Langsam mit ein bisschen Spannung. Wer ist denn das? Liebe Grüße von der Nordsee. Also, liebe Grüße von der Nordsee. Ein süßer Name. Bitte, bitte sei so lieb. Melde dich bei mir, damit ich deine Adresse bekomme und damit ich dir das zusenden kann. Und natürlich noch einmal herzlichen Dank für dein Abonnement. Und dass du meine Videos gerne schaust. Da freue ich mich. Dankeschön. So. Jetzt kommt natürlich die Nummer 2. Da muss ich das noch einmal da runterlegen. Und zwar der Pastellblock. So. Mit den Karten. Und dazu werden wir wieder schütteln. So. Und dann werden wir wieder wühlen. 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 Und wen habe ich denn hier? Ich habe nicht hingeschaut. Schaut's drüber wieder zu. Und jetzt schauen wir mal. Wer ist denn das? Wer freut sich über sowas? Ich hoffe, dass sich derjenige auch freut. Schauen wir mal. Hey, Rikki Likes. Puppi, du hast gewonnen. Ich hoffe, ich glaube, dass die Pastellfarben, ich hoffe, dass du ihn noch nicht hast im Blog und diese Karten. Das ist ja so ein Actioner wie ich. Also wie gesagt, liebe Rikki, ich freue mich für dich. So, und das ist jetzt der zweite Platz war das. Auch danke dir. Du warst eigentlich eine meiner ersten, oder warst du sogar meine erste Abonnentin. Also, ja, ich weiß das jetzt nicht. Das kann man ja nicht nachschauen. Aber wenn du die erste Abonnentin warst, dann natürlich zu Recht hast du das bekommen. So, jetzt müssen wir noch einen Schluck Kaffee machen. Weil jetzt kommt dann wieder dieser große Trommelwirbel. Und ich habe meinen Jungs einmal gesagt, sie sollen da jetzt noch einmal kurz aufspülen. Nein, das nicht. Also, hallo bitte. Das wollen wir nicht. Immer machen sie lauter Blödsinn. Aber noch, bitte. Na ja, also. Sehr gut. Na ja, da spielt's noch schön. Ja. Weil jetzt kommen da die schöne Badewanne mit dem Handtuch, mit dem Royalen und mit den Kleopatra-Seifen. Ja. Genau. Schüttel, schüttel. Dankeschön. Ja, dankeschön. Und. Aus. Bravo. Na sehr gut. Die Folgen aufs Wort. Finde ich cool. So. Also. Erster Platz. Ich hoffe, es freut diejenige, die was da jetzt aus dem Kristalle herausgezogen wird. Ich tue wieder wühlen und schmülen. Nein, jetzt nicht mehr spielen. Nein, stopp. Also, was ist der Läus? Ruhe. Ruhe, habe ich gesagt. Also. Da kann man sich halt auch nicht mehr verlassen auf die Leute, gell. Ich bin einfach da. Also, sowas noch. Habe ich es extra ins Flugzeug gesetzt und habe es her fliegen lassen. Na klar, bei Corona, Patrizzi. Nein, wurscht. So. Also. Wühl, 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 wühl. Also das. Wir haben viel zu wenig Platz hier auf dem Schreibtisch. So. Mit beiden Händen wird gewühlt und geschnüllt. Und jetzt da kommt die... Ach Gott, wer kommt jetzt hier heraus? So. Jetzt ist die Kiste wieder zu. Kommt dann erst bei 200 Abonnenten. So. Also. Wer bekommt das? Husch, husch. Schauen wir mal. Oh. Jetzt schauen wir mal, wer da ist. Schön langsam. Ich wusste schon, wie sie sich gehen. Wer ist denn das nur hier? Langsam. Ganz langsam. So. Wow. Michaela Potliebnik. Ich habe es hoffentlich nicht falsch ausgesprochen. Also, liebe Michaela, auch du melde dich bitte bei mir, damit ich dir deine Schätze oder deinen Gewinn zusenden kann. So. Also, ich hoffe... Hoppeli. Okay. Na, Michaela? Schau da halt Mama mal in der Hand gleich. Und sagt Mama, ich komme bald. Hallo. Ich hoffe, du freust dich über dein neues Töchterchen. Und über die Badewanne. Und dass die anderen sich auch freuen. Und ja. Jetzt machen wir weiter. Damit wir dann halt irgendwann einmal die 200 Abonnenten erreichen. Ich freue mich. Ich danke euch. Ich habe euch lieb. Und wenn die Community weiter so wächst, dann hammermäßig toll. So, jetzt dürft ihr noch einmal spielen, meine Jungs. Da. Na, was ist noch? Also. Na, wir spielen. Die folgen doch nicht. Was ist denn los mit euch? Na, eben. Ja. Na ja. Das habt ihr schon einmal besser können, aber bitte. Na ja. Na ja. So, jetzt schicke ich es dann wieder zu Haus. Und, äh. Ja. Und euch wünsche ich natürlich noch einen schönen Abend, Tag, Wochenende. Ich hoffe, ihr freut es euch drüber. Bitte die dreijenigen sollen mir schreiben. Damit ich das dann bald auf die Post schicken kann. Äh. Ich habe euch lieb. Und freue mich auf mein nächstes Video und auf eure nächsten Kommentare. Und es soll immer, immer wieder so weitergehen. Bussi. Danke. Baba. Pfiat euch. Tschüss. D goed. thinkingOS Never ich wo wo man wo man its so bl guy man oko ro einen